Moin, meine herzallerliebsten Hundebesitzer. Ja, heute richtet sich meine Ansage mal an euch. Was möchte der Sibi denn jetzt von euch? Ich zeig's euch mal. Schaut mal genau hin. Wie ist so ein Blutdruck, ey? Richtig. Ich meine nämlich genau diese Art von Hundehaltern, die nämlich der Meinung sind, wenn ihr Hund ein großes Geschäft gemacht hat, das einfach liegen zu lassen. Ob auf dem Bürgersteig, auf dem Kinderspielplatz oder, oder, oder. Irgendwo, wo der Hund sich gerade befunden hat, da wird das einfach liegen gelassen. Nein, ich nehm keine Tüte in die Hand. Nein, ich mache das nicht weg. Wozu zahle ich denn Hundesteuer? Es kann auch die Stadt wegmachen. Dafür gibt's doch ABM-Maßnahmen, 1-Euro-Jobs für Hartz-IV-Lehrer und all sowas. Ja, genau, das ist richtig. Das ist eine super Einstellung. Hat der noch eine Marmel, oder was? Euch müsste man die Scheiße mal so ins Gesicht drücken, Mann. Kann doch wohl nicht wahr sein, oder was? Macht den Scheiß weg. Im wahrsten Sinne des Wortes den Scheiß. Warum lasst ihr das da liegen, Mann? Ihr haltet euch doch auch einen Hund. Der benehmt euch doch auch dementsprechend mal als Hundehalter. Weil manchmal hat man sonst das Gefühl, dass der Hund mit dem Arfen an der Leite spazieren geht und nicht andersrum. Dass ihr mit dem Hund spazieren geht, sondern der führt euch aus und muss euch erstmal die große weite Welt zeigen da. Mein Gott nochmal, was soll die Scheiße? Geht so ein Blutdruck da. Und irgendeiner latscht da noch rein, hört die Scheiße unter dem Schuh und dann geht das ganze Geschrei los da. Wer weiß, was da alles für Krankheitserreger drin sind. Will ich gar nicht wissen, Mann. Räumt den Mist doch einfach mal weg da. Wozu gibt das denn überall schon kostenlose Hundetüten? In allgrößeren stehen, selbst hier in Ratzeburg, da steht an jeder Ecke so ein Ding da. Da kann man sich so eine Hundekacktüte rausholen. Die ist so schön fest und dick, da riecht man das noch nicht mal an den Finger oder irgendwas, falls das die Angst sein sollte. Ich habe auch einen Hund. Und wenn ich mit dem rausgehe und der macht irgendwo hin, dann sammle ich das weg, Mann. Und dann pack ich das in die nächste Mülltonne. Wo ist denn da das Problem? Kann man sich noch nicht mal mehr bücken oder was? Echt? Der Hund geht mit euch spazieren, weil ihr seid nämlich die Primaten. Ehrlich, Alter. Den bringt eurem Hund das Kacken auf Toilette bei, wenn ihr das nicht auf eurem Reihen kriegt, doch. Lasst euch mal bei sowas erwischen. Schön ins Gesicht drücken, das Ganze. Mhh, lecker, mhh. Ja, schmeckt fast wie Nutella. Nur nach Scheiße. Mann, Mann, do. Krieg ich wirklich so einen Blutdruck, do? Meine Fresse. Seht doch keine Saukopf mehr aus, do. P puppy. Poup�. Vielen Dank.